Lukas Ein Vers-für-Fers-Kommentar über das Lukas-Evangelium von J.C. Ryle. Die heutige Andacht trägt den Titel Der Unglaube des Zacharias. Lukas Kapitel 1, die Verse 18 bis 25 Und Zacharias sprach zu dem Engel, Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist recht betagt. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, zu dir zu gehen und diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, welche erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollbracht waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger, und sie verbarg sich fünf Monate und sprach, So hat mir der Herr getan in diesen Tagen, da er mich angesehen hat, um meinen Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Wir sehen in diesem Abschnitt die Kraft des Unglaubens in einem guten Mann. So gerecht und heilig wie Zacharias war, erschien ihm doch die Ankündigung des Engels als unglaublich. Er kann es nicht für möglich halten, dass ein alter Mann wie er selbst einen Sohn haben sollte. Woran soll ich das erkennen, sagt er, denn ich bin alt und meine Frau ist recht betagt. Vers 18 Ein wohlunterwiesener Jude wie Zacharias hätte solch eine Frage nicht stellen sollen. Zweifelslos war er nämlich mit den Schriften des Alten Testaments vertraut. Er hätte sich an die wunderbaren Geburten von Isaac, Samson und Samuel in alter Zeit erinnern müssen. Er hätte sich daran erinnern können, dass Gott das, was er einst getan hat, wieder tun kann und dass bei ihm nichts unmöglich ist. Aber er vergaß alles das. Er dachte an nichts anderes als die Argumente reiner menschlicher Vernunft und der Sinne. Und dies geschieht in religiösen Fragen oft, dass dort, wo die Vernunft beginnt, der Glaube endet. Lasst uns aus dem Fehler des Zacharias Weisheit lernen. Es ist ein Fehler, dem Gottes Volk leider zu allen Zeiten unterliegt. Die Geschichten von Abraham und Isaac und Moses und Hiskia und Josaphat werden uns alle zeigen, dass ein wahrer Gläubiger manchmal vom Unglauben überfallen werden kann. Er ist eines der ersten Verderbnisse, die am Tage des Sündenfalls in das menschliche Herz kamen, als Eva dem Teufel mehr Glauben schenkte als Gott. Er ist eine der am tiefsten verwurzelten Sünden, mit denen ein Heiliger geplagt wird und von denen er niemals völlig frei wird, bevor er stirbt. Lasst uns täglich beten, Herr, mehre mir den Glauben. Lasst uns nicht daran zweifeln, dass, wenn Gott etwas sagt, dies auch erfüllt werden wird. Wir sehen in diesen Versen außerdem das Vorrecht und das Teil der Engel Gottes. Sie überbringen der Gemeinde Gottes Botschaften. Sie genießen Gottes unmittelbare Gegenwart. Der himmlische Botschafter, der Zacharias erscheint, tadelt seinen Unglauben, indem er ihnen sagt, wer er ist. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt, zu dir hinzugehen und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Vers 19 Der Name Gabriel wird Zacharias zweifelslos in seinem Gemüt mit Demut und Selbsterniedrigung erfüllt haben. Er wird sich darin erinnert haben, dass es jenerselbe Gabriel war, der 490 Jahre zuvor Daniel die Prophetie von den 70 Jahrwochen überbracht und ihm mitgeteilt hatte, dass der Messias ausgerottet werden würde. Er wird zweifellos seinen eigenen traurigen Unglauben, während er in aller Ruhe als Priester im Tempel Gottes seinen Dienst tat, dem Glauben des heiligen Daniel gegenübergestellt haben, der als Gefangener in Babylon war, während der Tempel in Jerusalem Schutt und Asche lag. Zacharias hat an jenem Tag eine Lektion gelernt, die er nie mehr vergaß. Der Bericht, den Gabriel über sein eigenes Amt gibt, sollte unsere Gewissen antreiben, unsere Herzen zu erforschen. Dieser mächtige Geist, weit größer an Macht und Intelligenz, als wir es sind, sieht es als seine größte Ehre an, vor Gott zu stehen und seinen Willen zu tun. Lasst unsere Ziele und Wünsche in dieselbe Richtung gehen. Lasst uns danach streben, so zu leben, dass wir eines Tages mit Freimütigkeit vor dem Thron Gottes stehen und ihm Tag und Nacht in seinem Tempel dienen können. Der Weg zu dieser hohen und heiligen Stellung liegt offen vor uns. Christus hat ihn für uns eingeweiht durch die Darbringung seines eigenen Leibes und Blutes. Mögen wir danach streben, während der kurzen Zeit dieses gegenwärtigen Lebens darauf zu wandeln, sodass wir hierin unser Los mit den auserwählten Engeln in den endlosen Zeitaltern der Ewigkeit teilen können. Wir sehen schließlich in dieser Stelle, wie überaus sündig die Sünde in den Augen Gottes ist. Die zweifelnden Fragen des Zahariers brachten schwere Züchtigung über ihn. Du wirst stumm sein, sagte der Engel, und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Vers 20 Es war eine Züchtigung, die dem Vergehen besonders angemessen war. Die Zunge, die nicht bereit war, die Sprache des gläubigen Lobpreises zu sprechen, ließ der Engel verstummen. Es war eine Züchtigung von langer Dauer. Zumindest neun Monate lang war Zahariers zum Schweigen verurteilt und wurde täglich daran erinnert, dass er durch sein Unglauben Gott beleidigt hatte. Nur wenige Sünden scheinen Gott so besonders was zu provozieren wie die Sünde des Unglaubens. Gewiss haben keine anderen Sünden solche schweren Gerichte über die Menschen nach sich gezogen. Es ist eine praktische Verleugnung der allmächtigen Kraft Gottes, wenn man bezweifelt, ob er etwas tun kann, wenn er es unternimmt. Man schreibt Gott Ungereimtes zu, wenn man daran zweifelt, ob er beabsichtigt, etwas zu tun, wenn er eindeutig verheißen hat, dass es geschehen werde. Die 40 Jahre der Wüstenwanderung Israels sollten von bekennenden Christen niemals vergessen werden. Die Worte des Apostels Paulus sind sehr ernst. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Lasst uns wachen und täglich im Gebet gegen diese Sünde, die unsere Seele ruiniert, ankämpfen. Zugeständnisse an den Unglauben berauben die Gläubigen ihres innerlichen Friedens, schwächen ihre Hände am Tage des Krieges, bringen Wolken über ihre Hoffnungen, erschweren die Räder ihres Kampfwagens. Entsprechend dem Maß unseres Glaubens wird unser Genuss am Heil Christi, unsere Geduld in Zeiten der Erprobung und unser Sieg über die Welt ausfallen. Kurz gesagt, ist der Unglaube die wahre Ursache von tausend geistlichen Krankheiten. Und wenn wir ihm einmal erlauben, sich in unseren Herzen einzunisten, wird er uns zerfressen wie ein Krebs. Wenn ihr nicht glaubet, werdet ihr für wahr keinen Bestand haben. Lasst in allem, was die Vergebung unserer Sünden und die Annahme unserer Seelen betrifft, die Pflichten unserer besonderen Stellung und die Prüfungen unseres täglichen Lebens, es einen festen Grundsatz in unserer Frömmigkeit sein, jedem Wort Gottes bedingungslos zu vertrauen und uns vor dem Unglauben zu hüten. seasonnd betrifft, die Pflichten und die Pflichten oder die Pflichten oder die Pflichten und die Pflichten und die Pflichten Untertitelung des ZDF, 2020